Liebe Abonnenten des Infoservice Arbeitsrecht, dieses Mal beschäftigen wir uns ja mit der Kündigung und vor allen Dingen dieser ganz besonderen Form oder Variante, nämlich der sogenannten Blankokündigung. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch einen weit verbreiteten Rechtsirrtum. Ich muss doch in einer Kündigungserklärung immer die Gründe der Kündigung angeben oder? Das ist nicht so. Es ist sogar oft falsch, Gründe anzugeben, weil es später in einem möglichen Kündigungsschutzprozess eher ein Hindernis darstellt. Es gibt drei Ausnahmen im Prinzip. Das erste ist eine halbe Ausnahme, nämlich bei einer fristlosen Kündigung sind die Gründe auf Bitten des Arbeitnehmers auf Aufforderungen im Nachhinein mitzuteilen. Macht man das nicht, hat es aber keine Relevanz für die Wirksamkeit der Kündigung. Und es gibt zwei echte Ausnahmen. Das eine sind Auszubildende. Da muss nach BBEG immer der Grund für die Kündigung genau angegeben werden. Und bei Elternzeitlern und Mutterschutz befindlichen Mitarbeitern, auch da sind die Gründe anzugeben. Ansonsten wäre die Kündigung tatsächlich formell unwirksam.